In unserer heutigen Zeit ist es vielleicht wichtig zu klären, was Identität überhaupt ist. Das ist ja ein Begriff, der durch die Gazetten geistert, den politische Akteure auch für sich beanspruchen, indem sie sagen, wir leben in einem Land, in dem es eine gewisse homogene kulturelle Identität gibt. Kritische Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftler, Soziologinnen und Soziologen würden wahrscheinlich sogar sagen, dass es so etwas wie Identität gar nicht geben kann. Was soll das bitte schön bedeuten? Gleichheit. Wenn ich meine Studenten frage, was ist Identität, dann kommen normalerweise recht diffuse Antworten. Also ich komme aus Ostfriesland oder ich komme aus Ostholstein. Das ist irgendwie meine Identität. Ich habe einen deutschen Pass. Das ist meine Identität. Man kann da so ein bisschen herausfiltern, dass es darum geht, dass es als Gleichung verstanden wird. Subjektivität plus Differenz. Das heißt, man ist ein Subjekt, man ist irgendwo aufgewachsen. Das bedingt die eigene Identität. Aber das zweite wichtige Element ist eben auch, dass es eine Differenzbeziehung darstellt. Vielleicht sogar ein Antagonismus zu Menschen, die nicht dazugehören. Also es beantwortet Fragen wie, wer bin ich, zu welcher Gruppe gehöre ich, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, wer hat Zugangsrechte zur Demokratie in der Bundesrepublik, wer hat Zugangsrechte zu den Gütern und Dienstleistungen, die in unserer Gesellschaft verteilt werden. Bei kollektiven Identitäten spricht man im Englischen von so einer Second-Order-Reflection. Also wir stimmen darüber ein, dass wir eine gleiche Identität haben, was natürlich aus wiederum kritischer Perspektive sehr bedenklich ist. Insgesamt wird unterschieden in den Sozialwissenschaften zwischen vier gängigen Identitätstypen. Die erste Form wäre eine personelle oder kooperative Identität, die nur durch intrinsische Merkmale, intrinsisch heißt also nur das, was ich in meinem Körper habe oder was ein Land in sich trägt. Ein Beispiel wäre ein rohstoffarmes Land zum Beispiel, was hier eine Rolle spielt. Die zweite Form wäre eine Typidentität, wiederum intrinsisch, also es kommt nur aus der Form heraus. Und Typen von Identitäten für Länder wären beispielsweise Demokratien, Diktaturen. Die dritte Form wäre eine Rollenidentität, die konstituiert wird durch den Ego-Part einer Rolle und den Alter-Part einer Rolle. Das bedeutet, man unterscheidet zwischen verschiedenen Rollen, zum Beispiel Freund und Feind von Identitäten. Und die vierte basiert auf Intersubjektivität, auf dieser vorhin genannten Second-Order-Reflection. Und das wäre die kollektive Identität. Und wir finden sowas in der EU zum Beispiel, würden zumindest viele, zumindest in der Zeit vor der Griechenland-Krise, vor der Euro-Krise behaupten wollen. Identitäten führen dazu, dass sich natürlich auch unterschiedliche Gruppen formieren. Da kann es eine feindliche Identität geben, es kann eine rivalisierende Identität geben, freundschaftliche Identitäten, die dann zu kollektiven Identitäten führen. Wir hatten in der letzten Lektion das Beispiel Deutschland-Frankreich. Wie ist es eigentlich möglich, dass Länder, die sich spinnefeind waren, über 70, 80 Jahre plötzlich freundschaftlich verbunden sind? Das heißt, auf uns kommt eigentlich noch viel Arbeit zu in der Politikwissenschaft. Wir müssen uns beschäftigen damit, wie Identitäten entstehen, wenn es überhaupt sowas gibt wie Identitäten, wie stabile Identitäten, wenn das Ganze nicht nur eine chimäre, eine Illusion ist. Wir müssen uns beschäftigen, Stichwort Deutschland-Frankreich, mit dem Wandel von Identitäten, von Gruppen und dann schließlich auch mit methodischen Aspekten der Analyse von Identität. In diesen drei Bereichen ist in der Politikwissenschaft viel zu tun. Und das ist so die nähere Zukunft unseres Faches in diesem Bereich. Stichwort 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 Stich